Über 800 Neuheiten finden Sie auch dieses Jahr wieder im Erzgebirge-Palast. Von zierlichen Figuren bis hin zu meterhohen Pyramiden ist für jeden etwas dabei. Kommen Sie mit! Bei Blank haut der Engel mit Schlagzeug so richtig auf die Pauke. Nicht fehlen darf natürlich auch die Jahresedition, die heuer mit Zauberhut daherkommt. Egal ob in Natur oder farbig, die ideale Ergänzung oder auch der Beginn für eine großartige Sammlung. Ebenfalls sehr musikalisch präsentiert sich die Manufaktur Björn Köhler, aus deren Werkstätten die Ur-Mountains All-Star-Band kommt. Wie immer im reduziert-modernen Design, lassen es Fräulein S., Herr Lohse und die anderen Bandmitglieder so richtig krachen. Exklusiv im Erzgebirge-Palast erhalten Sie die Schwibbögen der Firma Geißler. Neben den äußeren Flammkerzen sorgt ein innenliegendes LED-Band für eine stimmungsvolle, indirekte Beleuchtung der Szenerie. Hoch hinaus geht es schlussendlich mit den Pyramiden von Prozner. Auf 1,40 Meter bringt es die vierstöckige Variante, die Sie bei uns entweder direkt mit hochwertigen, geschnitzten Figuren erwerben können oder aber unbestückt und so ganz nach Gusto dekorieren können.